Der Tannhof Berlin-Brandenburg als unserer Träger hat vom Landkreis Ostprignitz-Rupin den Auftrag bekommen, die Suchtberatung in unserem Landkreis umzusetzen. Und dazu sind wir in die Gebäude der Kreisverwaltung integriert und bieten unsere Beratung an drei Standorten an, nämlich in unserer Kreisstadt Neuruppin, in Küritz und in Wittstuck. Daneben haben wir in Neuruppin auch noch ein betreutes Forum für Suchtkranke. Zu uns in die Suchtberatungsstelle kommen Menschen, die ein Suchtmittelproblem haben, aber auch Angehörige, die in ihrem Umfeld einen nahen Verwandten haben, der ein Suchtproblem aufweist. Unsere Suchtberatungsstelle berät zu ganz klassischen Themen wie Alkohol, Medikamente und illegale Substanzen. Darüber hinaus beraten wir aber auch zu eher ungewöhnlichen Süchten wie zum Beispiel Medienabhängigkeit, Glücksspielsucht oder auch Erstörungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017